Ja, Night of Light, der Feste Ionimog, der Staub wird immer mehr, die Sechszylinder laufen und auch ist natürlich der Feste Ionimog total in Rot, eingehüllt, voller Trauer, ein Zeichen für die Regierung, um diesen Tod an Kulturgut aufzuhalten. Liebe Regierung, nutze die Chance, gib uns unser Leben zurück. Untertitelung des ZDF, 2020